Der prominente Linguistiker und intellektuelle Norm Chomsky zeigt in seinem Text 10 Strategien der Manipulation auf satirische Weise, wie eine Gesellschaft manipuliert werden kann, ohne dass eine kritische Masse an Menschen in dieser Gesellschaft dies realisiert. In einer Zeit, in der viele Bürger von der plötzlich anwachsenden Brisanz politischer und wirtschaftlicher Verwerfungen überrascht sind, ist es besonders wertvoll, Chomskys Einsichten zu verinnerlichen. Chomsky zeigt auf, wie das System beeinflusst wird und welche Informationen wir für relevant halten. Da Information immer zur Wahrnehmung führt und Wahrnehmung die Grundlage jenen Handelns ist, begründet Information letztendlich auch die soziale Realität, ebenso den Wandel dieser. Nummer 1. Kehre die Aufmerksamkeit um Das Schlüsselelement zur Kontrolle der Gesellschaft ist es, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf unwesentliche Ereignisse umzulenken, um sie von wichtigen Informationen über tatsächliche Änderungen durch die politischen und wirtschaftlichen Führungsorgane abzulenken. Jene Strategie ist der Grundstein, der das Basisinteresse an den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Psychologie, Neurobiologie und Kybernetik verhindert. Somit kehrt die öffentliche Meinung dem wirklichen gesellschaftlichen Problem den Rücken zu, berieselt und abgelenkt durch unwichtige Angelegenheiten. Schaffe es, dass die Gesellschaft beschäftigt ist. Beschäftige sie. Beschäftige sie so, damit sie keine Zeit hat, über etwas nachzudenken, entsprechend dem Level eines Tieres. Nummer 2. Erzeuge Probleme und liefere die Lösung. Diese Methode wird Problem-Reaktion-Lösung genannt. Es wird ein Problem bzw. eine Situation geschaffen, um eine Reaktion bei den Empfängern auszulösen, die danach eine präventive Vorgehensweise erwarten. Verbreite Gewalt oder zettle blutige Angriffe an, damit die Gesellschaft eine Verschärfung der Rechtsnormen und Gesetze auf Kosten der eigenen Freiheit akzeptiert. Oder kreiere eine Wirtschaftskrise, um eine radikale Beschneidung der Grundrechte und die Demontierung der Sozialdienstleistungen zu rechtfertigen. Nummer 3. Stufe Änderung ab. Verschiebe die Grenzen von Änderung stufenweise, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr. Auf diese Weise setzt man in den Jahren 1980 und 1990 die neuen radikalen sozioökonomischen Voraussetzungen durch Neoliberalismus. Ein Minimum an Zeugnissen, Privatisierung, Unsicherheit und was der nächste Tag bringt, ist Elastizität, Massenarbeitslosigkeit, Einfluss auf die Hürde der Einkünfte, das Fehlen von Garantie auf gerechte Lohnarbeit. Nummer 4. Aufschub von Änderungen. Die folgende Möglichkeit auf Akzeptanz einer von der Gesellschaft ungewollten Änderung ist es, sie als schmerzhaftes Muss vorzustellen, damit die Gesellschaft es erlaubt, sie in Zukunft einzuführen. Es ist einfacher, zukünftige Opfer zu akzeptieren, als sich von ihnen sofort auszusetzen. Zudem hat es die Gesellschaft die naive Tendenz negative Veränderungen mit einem Alles wird gut zu umschreiben. Diese Strategie gibt den Bürgern mehr Zeit, sich der Änderung bewusst zu werden und die Akzeptanz in eine Art der Resignation umzuwandeln. Nummer 5. Sprich zur Masse wie zu kleinen Kindern. Die Mehrheit der Inhalte, die an die Öffentlichkeit gerichtet werden, werden durch Art und Weise der Verkündung missbraucht. Sie sind manipuliert durch Argumente oder sogar durch einen gönnerhaften Ton, den man normalerweise in einer Unterhaltung mit Kindern oder geistig behinderten Menschen verwendet. Je mehr man seinen Gesprächspartner das Bild vor den Augen vernebeln will, umso lieber greift man auf diese Technik zurück. Warum? Wenn du zu einer Person sprichst, als ob sie zwölf Jahre alt wäre, dann weil du ihr genau das suggerieren möchtest. Sie wird mit höchster Wahrscheinlichkeit kritiklos reagieren oder antworten, als ob sie tatsächlich zwölf Jahre alt wäre. Nummer 6. Konzentriere dich auf Emotionen und nicht auf Reflexion. Der Missbrauch des emotionalen Aspektes ist eine klassische Technik, um eine rationale Analyse und den gesunden Menschenverstand eines Individuums zu umgehen. Darüber hinaus öffnet eine emotionale Rede Tür und Tor Ideologien, Bedürfnisse, Ängste und Unruhen, Impulse und bestimmte Verhaltensweisen im Unterbewusstsein hervorzurufen. Nummer 7. Versuche die Ignoranz der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Die Masse soll nicht fähig sein, die Methoden und Kontrolltechniken zu erkennen. Bildung, die der gesellschaftlichen Unterschicht angeboten wird, soll so einfach wie möglich sein, damit das akademische Wissen für diese nicht begreifbar ist. Nummer 8. Entfache in der Bevölkerung den Gedanken, dass sie durchschnittlich sei. Erreiche, dass die Bürger zu glauben beginnen, dass es normal und zeitgemäß sei, dumm, vulgär und ungebildet zu sein. Nummer 9. Wandele Widerstand in das Gefühl schlechten Gewissens um. Erlaube es, dass die Gesellschaft denkt, dass sie aufgrund von zu wenig Intelligenz, Kompetenz oder Bemühungen die einzig Schuldigen ihres Nichterfolges sind. Das System wirkt also einer Rebellion der Bevölkerung entgegen, indem dem Bürger suggeriert wird, dass er an allem Übel schuld sei und mindert damit dessen Selbstwertgefühl. Dies führt zu Depressionen und Blockade weiteren Handelns. Ohne Handeln gibt es nämlich keine Revolution. Nummer 10. Lerne Menschen besser kennen, als sie es selbst tun. In den letzten 50 Jahren entstand durch den wissenschaftlichen Fortschritt eine Schlucht zwischen dem Wissen, welches der breiten Masse zur Verfügung steht, und jenem, das für die schmale Elite reserviert ist. Dank der Biologie, Neurobiologie und der angewandten Psychologie erreichte das System das Wissen über die menschliche Realität im physischen als auch psychischen Bereich. Gegenwärtig kennt das System den Menschen, den einzelnen Bürger, besser als dieser sich selbst und verfügt somit über eine größere Kontrolle des Einzelnen.